Radikale Weichenstellung auf Mappig. Die am vergangenen Freitag zu Ende gegangene weltgrößte Retail-Immobilienmesse war ein Event der Weichenstellungen wie noch nie. Generell sind große Projekte in Europa und den USA nur mehr eine Ausnahmeerscheinung und das gilt auch bereits für Osteuropa, wo sich ebenfalls bereits eine Marktzeitigung abzeichnet. Es gibt aber auch Ausnahmen. Anbieter, die hier aber bereits gut etabliert sind, fahren zum Teil noch einen weiteren Expansionskurs. Dazu zählt auch die ImmoFinanz, die sich mit ihren Retail-Marken Stopshop und Vivo sehr gut entwickelt und dies auf der Mappig auch feierte. Neu ist auch das CI bei der Ekerzent-Gruppe. Das neue rote Logo wurde auf der Ekerzent-Jacht und am Mappig-Stand präsentiert. Auf Expansion hat aber auch KIK in Österreich geschaltet und will zeitnah 50 neue Standorte hier eröffnen. Erstmals mit einem eigenen Stand vertreten war auch die Signa.